So, fangen wir mal an. Willkommen zum, äh, ja, ich weiß gar nicht, siebten Part ist das, glaube ich. Jetzt ist das Bild von dir weg. Oh mein Gott. Wurde gerade jemand von so einem Terroristen abgeknallt. Ähm, ja, ich habe einen Komoterator dabei. Nee, hast du nicht. Dann habe ich sowas nicht. Ich habe kein Vorhaben dabei. Lügt doch nicht. Geht's weiter, okay. Das ist keine Stimme, das ist irgendwas. Stirb, schlag dich tot. Schade, dass ich das nicht zeigen kann. Tja, da habe ich eben so blöde Kommentare ein. Nein. Oh, ich habe ein Headshot gemacht mit der Armbrust. Muss man erst mal gleich Soundcheck. Um zu gucken, wie so gut klappt. All das ist eklig. Geh rein und zurückkehren raus. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Das hatte ich nicht erwartet. Das hatte ich nicht erwartet. Hatte dir gesagt, dass du mein Leben spielst. Das spielt immer ein, ein Streich. Aber es kommt immer anders als man erwartet. Also beruhigt dich. Ja, genau. Bleib mal so. War mit der Arm, mit der Armbrust Bolzen in der Fressekrieg ist das schwer. Und ich habe noch einen, ein Bolzen. Aber jetzt habe ich ein Sturmgewehr. So, jetzt mache ich erstmal Soundcheck. Tief sitzt du eigentlich? Ich könnte mich auch normal hinsetzen. Theoretisch. So, überall blutige Männer. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Nimmst du schon wieder auf? Ja. Oh. Ich weiß. Was war denn hier? Ich will auf die Knöpfchen drücken. Drück auf die Knöpfchen. Es ist manchmal schwer, den Knöpf zu drücken. Du glaubst das gar nicht. Alter, das ist so mega geil. Ich habe drei Schuss in meinem Sturmgewehr. Ja, das sind drei Tote, wenn du gut zielst. McCall wird uns umbringen. McCall wird uns umbringen. Halt's Maul. Schnauze. Ich hätte Mexiko nie. Ich hätte Mexiko. Bam. Na, wie viele Kugeln hast du gebraucht? Vier. Du hast aber nur drei drin gehabt. Ich habe ja auch meine Schrotflitte benutzt. Achso. Lachen, lachen. Ich habe drei Kugeln, du hast benutzt. Vier. Ich kann zaubern. Boah, geil. Ich kann klicken. Ich bin so heftig. Irgendwie jemand schießt da. Alter, geht die ab. Geht die Sturmgewehr ab. Loll. Der steht da, ist eigentlich schon tot. Und gerade als ich in die Ecke komme, fällt er um. Achso, was hier nicht ist. Ich habe ihn heute in Mario Kart übelst demontiert. Ja, so wie irgendwie hier, das wenn wir mich spielen, das ist jetzt immer egal. Muss ich eigentlich nicht mehr aufnehmen. Ja, ich glaube, mehr ist es keiner. Na, überhaupt nicht. Na, ich habe mir viel daherreden. Ich habe, 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 ich habe Aha. Hast du kein Safestate gesetzt? Ne, das geht. Das sind bescheuerte Kontrollpunkte bei dem Spiel. Jetzt seh ich dich wieder nicht. Das ist wieder kaputt gemacht. Ey. Der hat nen Bolzen in seinen Klöten. Wie kann der weiterleben? Ah, also das wird schwierig. Wir proben sie einfach mal zu sterben. Hör? Das wäre ein Headshot. Nicht wirklich. Soll ich nicht die Schulter. Alarm! Mach doch so viel Alarm wie du willst. Ich töte dich trotzdem alle. Aber glücklicherweise haben wir heute keinen Streetfighter gespielt, das wäre nämlich noch viel schlimmer. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Hast du das nicht grad schon mal gespielt? Ja, ich musste doch neu machen. Scheiße, jetzt hab ich keine Bolzen mehr. Wie schändlich. Was zum... Ich bin jetzt um selbst ein Messer in den Kopf. Ich hab leider keine Messer, das ist doof. Ich könnte höchstens mit der Schrotflinte hinten rangehen und ihm in den Kopf schießen. Ja, nein, ich meine, ihn in den Kopf schlagen. So. HALZ MAUL! HALZ MAUL! Die sind so ultra nett. Oh, ne Scheiße. Ich hab mich verraten, wenn ich mich schlafen lassen hab. Egal. Das ist so... Ich hab's ja nicht dran, ich hab's gar nicht so richtig zu tun. Das bin so böse. Das, was du dem machst, kannst du dir schon dreimal machen. Ich hab sowas von gedisst. st jetzt jeder mal von Arsene Arsene und solch das für einen französischen Axel und das Zelle nur der Sonne auch was du willst ach was zu Prozent und auf dem Bus durftest musste nicht lustig schon lustig würd ich erst wollen und das ist schon draußen also ja Prozent wenn ich jetzt erzähle was ich schon gemacht habe ich habe sie schon getan also das Prozent ja du weißt aber nicht was in neuen Videos ist ha 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 auch auf diese ja die wirklich nie will die Weg es wird sich durchatmen er wird sich durch ja Prozent ich bin auf jeden Fall weiter im Spiel vorgerückt ich glaube ich dürfte jetzt schon etwas über die Hälfte deutlich über die Hälfte spätig haben ich bin spätselgern mit zweiter Weltkrieg oder sowas ich hab grad zwei Granaten aus meinem Sturmgewehr geballert das kann alles in die Luft geflogen und so gut wie alles und mein Bild hat übermäßig geöffnet also so comicartig mein Bild so ne ich weiß nicht was weiter geht erzähl's mir so ich hoffe mit dem Let's Play Turnier geht's am Wochenende weiter ich auch das ist nämlich schade wenn das zu lange dauert viel zu lange alles schon das muss sein viel schneller gehen aber am Freitag ist dann Prozent Schicht da kommt es dann drauf an wer bisher Prozent sich mit dann wie es so aussieht wird es wahrscheinlich zwei Prozent Freilose noch geben das ist natürlich ärgerlich aber naja wenn die Leute keine Zeit haben oder keinen Bock ich vermute was was hallo noch da ja gut dann was vermutest du äh dass die Leute ja keinen Bock haben warum melden sie sich dann an das ist irgendwie bescheuert tja es gibt einige Personen die waren nicht da als der liebe Gott das Hirn verteilt hat aua 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 ich werde beschossen es ist so ungewöhnlich in einem Ego Shooter wo bist du denn da bist du nein daneben ich weiß jetzt gar nicht wie ich aufnehme oa krasser Scheu krasser Scheu krasser Schuss hast du jetzt voll in den Kopf geballert so in den Nacken und dem anderen in die Stirn boah es wird einem so richtig in drei Comicbildern so richtig schön gezeigt wie das Blutspritzt und sowas ey ich kann das Spiel ich wollte es ja auch mal jetzt blöd aber ich hab mich für irgendwelchen Gründen dagegen ich fand's cool ok ich fände die Gründe noch sagen ich hatte keine Lust auf das Spiel nur so los mach auf ich schieße meinen Haken drauf ich hab mich nicht in die Tränen die Tränen